Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmatTV. Schön, dass du eingeschaltet hast und Lust hast, jetzt ordentlich was dazu zu lernen. Ich werde mein Bestes geben, maximal viel in kurzer Zeit rüberzubringen. Doch zuerst eine kleine Entschuldigung von meiner Seite, dass gestern kein Video gekommen ist. Ist echt doof, ich gebe es zu, aber ich habe so viel Stress im Moment, weil ich bin ab September auf Auslandssemester in Zypern und habe davor, versuche ich noch irgendwie meine Doktorarbeit durchzukriegen und es ist wirklich krank, was da in Arbeit ist. Und nebenbei habe ich noch ein paar andere Projekte, die auch teilweise gar nichts mit Schach oder Medizinstudium zu tun haben. Und ja, es sollen keine doofen Ausreden sein, die Videos sollten auf keinen Fall irgendwie leiden oder der Kanal. Aber jetzt bin ich sozusagen wieder back on track und möchte hier jeden dritten Tag für euch ein Video rüberbringen. Aktuell geht es einfach nicht mehr, vielleicht wird es wieder mehr, aber ja, das versuche ich möglichst gut zu machen. Und deswegen kennen wir jetzt endlich zu dem zurück, was wir alle lieben, nämlich Schach. Wir haben am Brett Slavisch, D4, D5, C4, C6, alle Springer draußen, Hauptvariante und wir tauschen auf C4. Das werdet ihr gegen D4, ist wahrscheinlich die häufigste Variante, die ihr kriegen werdet, umso stärker ihr werdet, umso häufiger. An dieser Stelle der Zug A4 ist Hauptvariante und mit Abstand der beste Zug, weil wir drohen B5 und Weiß kann hier Gambit-mäßig E4 spielen, aber haben wir auch schon hier abgedeckt, A4 ist der beste Zug. Und an dieser Stelle stellen wir den Läufer raus. Das hätten wir übrigens auch schon gerne hier gemacht. Das ist nur so, dass an der Stelle so die Dame-B3-Varianten ziemlich nervig werden, deswegen schlägt man. Okay, B3 ist angegriffen. A4, wir spielen Läufer F5, E3. Weiß hat keine Zeit mehr für Dame-B3. Wir machen erst die Bauernkette sozusagen zu. Es ist keine richtige Kette mehr, weil der hier ist schon weg. Der Läufer schlägt, aber jetzt ist Dame-B3 sozusagen nicht mehr so gefährlich, weil, ja, greift er nur noch B7 an und jetzt auch gar nicht mehr. Der Läufer kriegt hier ein wunderschönes Feld, weil er nicht durch einen Bauernmärkt angegriffen werden kann. Es ist auch ein Vorpostenfeld, kurze Rohade. Wir rochieren auch kurz. An der Stelle splittet sich die Theorie. Ich glaube Hauptvariante ist Springer D7. Ich rochiere aber, das hat einen Grund, denn nach der Hauptvariante Dame E2 habe ich eine Spezialvariante. Mal schauen, ob die aufs Brett kommt. Nein, es kommt Springer H4. Das ist an der Stelle auch ein sehr starker Zug mit der Idee, einfach das Läuferpaar zu gewinnen. Und das ist sozusagen jetzt hier für mich persönlich Worst Case im Slavisch. Und Slavisch ist gegen D4 die hauptmeist gespielte Variante auf hohem Level. Also es ist, hier sind wir wirklich in aktueller Top-Theorie. Und grundsätzlich ist selbst das Worst Case Szenario hier eine angenehme Stellung. Warum ist die angenehm? Haben wir nicht einfach eine offene Stellung ohne Zentrum und Läuferpaar? Ja, sieht so aus, aber erstens ist der Läufer nicht so stark, kann noch stärker werden und wir kriegen es meistens hin, E5 oder C5 zu spielen. Wichtig, wichtig, wichtig. Wenn ihr diese Stellung hier, also wenn ihr diese Variante im Kopf habt, seid euch bewusst, was der Hauptplan ist. E5 oder C5. Wenn wir das schaffen, haben wir ausgeglichen, weil wir sozusagen im Zentrum vereinfachen. Dame E2, hier spiele ich Springer D7, der sowieso nur ein Feld, also es macht total Sinn, den da hinzustellen, müssen wir nicht so viel überlegen. Hier wird es vielleicht E4 aufs Brett kommen, hätten wir nicht so richtig verhindern können, vielleicht Dame B6 oder so, aber unnatürlich. Wir wollen einfach Springer hier hinstellen, der deckt auch magischerweise E5 und C5. Turm D1, auch sehr typischer Zug in diesem System, die Dame zu spielen, Turm D1, weil man sozusagen mit E4 spielt und weiß, den Traum hat, hier D5 durchzudrücken. Ist in der Realität aber nicht so gefährlich, kann ich euch schon sagen. Jetzt gut überlegen, ob man hier schon direkt E5 oder C5 spielen kann. C5 eigentlich lieber, ich würde gerne einen nicht zentralen Bauern gegen einen zentralen Bauern tauschen. Ja, ich glaube, das kann man hier gut machen. C5 sieht jetzt ein bisschen komisch aus. D5 ist meistens das, wovor ich früher zumindest viel Angst hatte, als ich diese Öffnung nicht so gut verstanden habe. Was ist, wenn der Bau hier läuft und dann öffnet sich die Linie Richtung Dame und sowas. Ist in der Realität nicht so schlimm und auch nicht so gefährlich. Müssen sozusagen ein bisschen auf der Hut sein, aber weiß steht hier auch mit einem relativ schlechten Läufer. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und auch nochmal ganz wichtiger Aufruf von meiner Seite. Wenn ihr Lust habt auf systematisches Training, einmal die Woche mit Hausaufgaben, mit Aufzeichnungen. Also ihr müsst da auch nicht erscheinen, ihr könnt je nachdem wie es passt einfach mal reinschauen oder euch einfach die Aufzeichnungen anschauen. Dann habe ich Plätze frei im Gruppentraining. Die kleinste Gruppe, also die schwächste Gruppe mit freien Plätzen reicht so von rund um die 1200 Leachers-Elo. Also wirklich noch am Anfang, aber an der Spielstelle kann man super schnell Fortschritte machen. Ich habe da systematisches Programm, die stärkste Gruppe, die aktuell auch Platz frei ist. Da haben die Leute sogar schon Richtung 2000 richtige Elo, aber könnte man auch mit weniger rein. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Und ja, okay, die Gruppe ist ein bisschen schwächer, glaube ich, eher so 1800 richtige Zahl. Aber man muss auch sagen, in ganz vielen meiner Gruppen ist es so, dass die Leute viel, viel stärker spielen. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Schüler, der hat jetzt sein erstes Turnier gespielt, war in einer Gruppe, die eigentlich so für 1500, 1600 online war. Trainiert aber fleißig und hat auch gesagt, aus dem Training viel mitgenommen, erste Zahl 1700 richtige Elo. Also es ist wirklich krank und ich habe auch andere tatsächlich Erfolgsgeschichten da schon geschrieben. Das ist jetzt kein, nicht nur Marketing, sondern das ist wirklich Realität. Ich kann auch gerne mal Ausschnitte zeigen aus dem, was ich so für Mails bekommen habe mit Dankeschöns, weil ich glaube einfach, ich habe da ein relativ gutes Konzept und stecke da auch viel Energie rein, dass das Training gut ist. So, das war jetzt echt lange, weil es überlegt und überlegt und überlegt. Das ist aber auch eine super wichtige Entscheidung, die hier am Brett ist, ob man eben D5 spielt, ob man schlägt, ob man stehen lässt. Also ich habe immer noch Angst, am meisten Angst vor D5, ich bin ehrlich. Wir können mal anfangen hier zu rechnen. Auf D5, der erste Zug, der mir in den Sinn kommt, ist diesen Springer einfach mal rauszunehmen. Sagen wir, Bauer schlägt und wir nehmen zum Beispiel, dann muss der Läufer nämlich wieder nehmen. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht riesig das Läuferpaar verloren. Wir nehmen mit dem Springer, der Turm nimmt zurück und dann ziehen wir die Dame weg, weil unser Springer gefesselt ist und dann haben wir eine Stellung, in der wir eine bessere Bauernstruktur haben. Deswegen kommt hier wohl auch Springer A2. Ich habe jetzt nicht den Rest gerechnet, sondern mich darauf konzentriert, für meine Gruppenwerbung zu machen. Springer A2, der Läufer ist angegriffen. Okay, das sieht ein bisschen unangenehm aus, weil also wenn wir den Läufer ziehen, wird hier geschlagen und wir können erstmal nicht zurücknehmen. Erstmal glaube ich nicht, dass wir einen Bauer eingestellt haben. Wir könnten aber auch in dieser Stellung, also zum Beispiel A5 spielen und auf Springer schlägt, nehmen. Wir können leider nicht schlagen, weil dann unser Läufer hängt. Also ich glaube, es macht hier in der Stellung, wobei da A5 sieht auch ganz cool aus, mit der Idee, wenn der Springer schlägt. Eigentlich wollte ich sagen, mit der Dame zu nehmen. Läufer D2 wird kompliziert, aber ich glaube nicht gut für uns. Da stellen wir, glaube ich, was ein. Boah, das ist kompliziert. Im Langzeit würde ich das jetzt rechnen. Wir sind ja beim Schnellschach, kann ich nicht machen. Dame A5 könnte man überlegen, mit dem Bauern zu nehmen. Auch ist eine Notfalloption, ja. Okay, ich glaube, Springer A2 ist tatsächlich unangenehmer, als ich zuerst dachte. Hier habe ich ein bisschen fahrig gespielt, aber wird wahrscheinlich jetzt, hoffe ich zumindest, nicht zum Ende führen. Also Dame Läufer A5, Bauer schlägt C5. Das ist eine sehr realistische Variante. Dann haben wir erstmal einen Bauer weniger Spiel, zum Beispiel Dame C7. Was aber sehr störend ist, ist der Zug B4. Sonst wäre ich hier super zufrieden. Aber B4 tut ein bisschen weh. Können wir das irgendwie verhindern? Also Läufer A5 schlägt und jetzt gegen B4 spielen. Sehe ich tatsächlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Okay, die Situation ist schwieriger als gedacht. Wir könnten, ja, ich spiele Dame A5. Ich will hier jetzt keinen Bauern direkt verlieren, so früh in der Partie. Und auf Dame A5 Springer schlägt, Bauer schlägt. Habe ich also keinen Bauer verloren. Habe die C-Linie geöffnet, kann auch drauf spielen. Der Bauer hier ist auch relativ weit vorne. Wir können eventuell später hier am Damenflügel auch noch spielen. Aber so sollte das nicht laufen. Also da war C5 einfach einen Zug zu früh. Hätte man erstmal vorbereiten müssen, indem man zum Beispiel zuerst Dame A5 oder Dame C7 spielt. Also, aber generell glaube ich, habe ich trotzdem hier ganz gut Strategie erklärt. Ja, okay. Also wie man spielt. Wir müssen einfach zu C5 oder E5 kommen. Das, was ihr zur Eröffnung wissen solltet. Und hier war C5 ein bisschen zu fahrig. Aber okay. Das ist die neue Situation, mit der müssen wir zurechtkommen. Wir haben zwei Springer gegen zwei Läufer. Und wer den Kanal kennt, weiß, dass das gefährlich sein kann. Aber, und riesen aber, wir sind deutlich besser entwickelt. Unsere Springer sind schon draußen, sind aktiv, können eventuell hier Tempi gewinnen. Also Läufer angreifen bedeutet auch Tempi gewinnen. Wir kriegen die C-Linie zuerst. Und unsere Dame steht auf A5 aktiv. Also super aktiv. A5 ist hier, ist das Feld für die Dame im Slawischen. Manchmal auch C7 oder E7. Aber, aber A5 ist eigentlich am häufigsten, weil der A4-Bauer hier schon steht. Und deswegen gibt es hier nicht diese A3, B4-Motive. Und deswegen hat die Dame auf A5 ein schönes Zuhause. Wenn ich am Zug bin, würde ich mir auch überlegen, hier Springer E4 zu spielen. Der steht da schön. Und, ja, aber Tum C8, Tum D8. Okay, es kommt E4. Habe ich ein bisschen damit gerechnet. Macht dem Läufer einfach Platz und stellt einen Bauer ins Zentrum. Aber denkt daran, großes Zentrum, auch viel Verantwortung. Also jetzt gibt es sozusagen auch Punkte, die wir angreifen können. Aber ich glaube schon, dass E5 hier ein guter Zug ist. Okay, wir können überlegen, E4. Wir können auch überlegen, selbst E5 zu spielen. Und auf Schlagen mit dem Springer schlagen. Dann haben wir halt die Stellung ein bisschen weiter geöffnet. Aber haben auch Aktivität gewonnen. Das, glaube ich, ist ganz gut. Ich glaube aber auch, dass auf E5 eher vorbeigezogen wird mit D5. Und die Frage ist, ob wir das wollen, weil dann haben wir weißen Freibauern gegeben. Zum Glück haben wir aber auch zwei von den besten Blockadefiguren gegen Freibauern, die es am Schachbrett gibt. Nämlich Springer. Springer können Freibauern extrem gut blockieren. Wir kriegen dann auch das Feld C5. Das sieht ganz angenehm aus. Ich spiele hier diesen Zug E5. Es kommt bestimmt D5. Glaube ich, ist auch mit Abstand der beste Zug. Und dann Springer C5. Das ist zumindest meine Idee. Und dann haben wir Druck. Aber ist jetzt auch nicht gigantisch. Also der Punkt kann sehr gut gedeckt werden. Zum Beispiel durch F3. Und wenn wir sagen, wir spielen jetzt dann ganz brutal auf dieser Diagonale, halte ich das für etwas übertrieben. Weil der Läufer auf E3 einen sehr, sehr guten Job darin erledigen wird, diese Diagonale einfach abzudecken. Aber sonst haben wir hier, glaube ich, einen ganz guten Job getan, weil unsere Figuren stehen einfach aktiv. Und jetzt können wir uns weiter überlegen, wie wir hier Fortschritt machen können. Also es kommt bestimmt Läufer E3. Da sieht gut aus. Und hier schlagen ging übrigens also noch nie wegen B3. Das muss ich natürlich erwähnen. Haben sich vielleicht die einen oder anderen schon gedacht. Okay, also ganz grundsätzlich, glaube ich, dieser Bauer hier kann schon gefährlich werden. Also ich habe ja hier auch schon einzelne Videos zum Thema Freibauern gemacht. Ist ein sehr wichtiges Thema. Aber ich glaube, wir haben auch eine Taktik. Schlagen und damit C5. Ich glaube, Läufer E3 muss kommen. Entschuldigung. Also dieser Freibau hier kann schon gefährlich werden. Aber wir müssen ihn irgendwie blockieren. Also irgendwann mal. Zum Beispiel mit Springer D6. Vielleicht auch jetzt Springer E8 und Springer D6. Das sieht eigentlich ganz logisch aus. Ja, also ich würde gerne so Taktiken spielen gegen diesen Läufer. Also ich überlege ehrlich gesagt über den Zug B3. B3 ist natürlich ein super schwächend, weil der Bauer hier, ja der ist realistisch, lebt der wahrscheinlich nicht lange. Aber er ist schon auch hier, dann hat die Dame bessere Felder und kann ich ehrlich gesagt so auf die Schnelle jetzt nicht einschätzen, wie stark der auf B3 dann in der Realität steht. Wir haben aber auch andere Motive da noch, zum Beispiel einen Springer nach C2 zu kriegen. Also das gefällt mir ganz gut. Aber aus Erfahrung, wenn man sozusagen damit liebäugelt, so einen schwächenden Zug zu spielen und sich noch nicht ganz sicher ist, ob man den auch spielen sollte, sollte man es besser sein lassen. Ich spiele Turm FD8 und bringe einfach noch meine letzte Figur ins Spiel. Alle Figuren sind entwickelt. So, wir haben jetzt noch nicht den Giga-Vorteil. Besser gesagt, glaube ich, stehen wir ein bisschen schlechter. Aber trotzdem, trotzdem, also die Stellung ist sehr, sehr blockiert. Also die ist auch eher geschlossen. Springer können hier schon relativ viel. Und ich glaube, Springer E8, Springer D6 könnte ein Plan sein. Eventuell hätte man auch mit F5 spielen können. Das ist mir aber zu gefährlich, die Stellung zu öffnen. Mit dem 2 Läufer gegen 2 Springer. Das ist schon eine krasse Imbalance. Also wenn man jetzt sozusagen Vollanfänger ist, von denen ich auch mit vielen Dingen zusammenarbeite, weiß ich genau, was da so Probleme sind. Dann weiß ich auch, okay, solche strategischen Sachen wie jetzt Läuferpaar, das ist ja noch viel mehr als Läuferpaar. Das ist ja nicht nur Läufer, Läufer gegen Läufer, Springer, sondern das ist Läufer, Läufer gegen Springer, Springer. Das ist extrem krass. Krass Imbalance. Also wenn man am Anfang steht, dann ist es noch nicht so wichtig. Es entscheidet die Partie noch nicht so krass. Aber wenn ihr sozusagen richtig durchzieht und auf dem Weg seid, auch dem ihr selbst viel, viel Rechentraining trainiert, weil das ist der Weg, wie man schnell stärker wird, dann braucht ihr diese Sachen. Dann ist es wichtig, dass ihr das versteht. Dass ihr sozusagen diese Sachen, auch wenn ihr wisst, okay, in meinen Partien entscheiden meistens leider aktuell Figuren einsteller. Manchmal stelle ich auch die Dame ein. Ist nicht schlimm, ist ganz normal. Aber dann ist es trotzdem wichtig, dass man sozusagen das am Schirm hat und schon mit integriert ins Spiel, weil dann kriegt man einfach statistisch häufig bessere Stellungen. Und das ist einfach eine Verstehenssache, keine Rechenssache. Okay. Okay, also wir haben diesen Freiband blockiert und das ist gar nicht leicht für Weiß einen Plan zu finden. Okay, Weiß spielt B3, selbst gegen B3 von uns. Habe ich vorhin tatsächlich, als ich darüber geredet habe, B3 zu spielen, darüber nachgedacht, was ich mache, wenn Weiß B3 spielt. Und ich glaube, also B3 hat mir eher gut getan. Die Stellung ist jetzt also noch ein bisschen geschlossener geworden. Der Läufer hier hat jetzt auch weniger Reichweite, zwar nach hinten, aber ist einfach, also der Läufer ist ein bisschen schwächer geworden. Und wir könnten uns also überlegen, wie wir hier weitermachen. Ich glaube, grundsätzlich irgendwann vielleicht mal A6, B5 als Idee. Aber ich spiele hier Springer E8. Springer E8, weil er auf F6 hier überall auf Granit beißt und ich realistisch gesehen hier nicht reinopfern kann. Dann, okay, Dame B2 wirft ein Auge auf E5. Ist es gefährlich? Vielleicht irgendwann mal. Ah, ich kann nicht F6 spielen, das ist der Punkt. Oder könnte ich schon überlegen. Aber dann kommt E6 Schach. Ich ziehe zum Beispiel den König. Dann ist die Frage, wird E6 so schwach, dass ich den rausnehmen kann? Ja oder nein? Boah, ich spiele den. Ich spiele diesen Zug. Bin mir bewusst, dass es hier dieses Schach gibt, das auch gefährlich aussieht. Aber ich ziehe dann einfach weg. F8 oder H7 oder H8, wahrscheinlich H7. Und dann wird der Bauer auf D6 sehr, sehr schwach. Weil der ist sozusagen von seinen Läufern Bauer abgekoppelt. Wir sind schon doppelt drauf. Der ist einmal gedeckt. Kann sein, dass es sogar im nächsten Zug dann weg ist. Wir kommen aber auch noch total häufig drauf. Also ich glaube, D6 wäre schön, wenn der König zieht. Dann wäre übrigens ein Schach auf dieser Linie ein Matt. Also weil der König hat kein Feld. Kriegt schwarz vielleicht hin. Schach. König zieht. Dame F2. G5. Sieht eigentlich nach einer super spannenden Stellung aus. Im Notfall spielen wir auf E6 einfach König F8. Und gewinnen glaube ich einen Bauern. Aber König H7 sieht natürlich schön aus in Verbindung mit G5. Ja, wie auch immer. Also wenn Schwarz weiß diesen Zug nicht spielt, so wie jetzt, dann spielen wir Springer D6 und haben hier jetzt die Blockadefigur, die es überhaupt gibt. Also in den ganzen Strategiebüchern. Ich habe die für euch die meisten gelesen und verarbeitet und benutze die in meinen Trainings auch als Material. Das wird immer von so einem Springer vor Freibauern als die Blockadefigur schlechthin gesprochen. Und dem kann ich auch zustimmen. Ähm, ist aktuell glaube ich aber noch nicht so relevant. Unsere Dame hier ist ein bisschen aus dem Spiel. Ähm, wir können aber nicht so richtig mit B6 spielen. Weil, da könnten wir schon, aber ich sehe nicht, wie die Dame dann gefangen würde. Weil die Dame dann gar kein Feld mehr hat. Okay, ähm, gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht, hier Züge zu finden. Ähm, wir können auch nicht Dame zu 7 spielen. Den würde ich ganz gern spielen. Weil dann kommt Turmschlägt 10. 5 droht weiß was. Läufer schlägt, Turmschlägt nicht wirklich. Aber der Springer hat schon, äh, keine wirklich guten Felder. Unsere Schach- und Schlagzüge sind auch nicht zufriedenstellend. Eventuell könnte man da sogar drüber nachdenken. Aber haben wir zu wenig Zeit für. Ähm. 6, B5 wird rausgenommen. Springer schlägt zum Beispiel. A6, B5 könnte ja interessant sein. Ähm, ich spiele einfach mal A6. Ein bisschen Zeit gewinnen wir. Vorsicht, wir haben ganz wenige auf der Uhr. Ähm, und mit A6. Okay, Turm C2. Mit A6, ähm, wollte ich jetzt den Gegner zu überlegen bringen. Oder die Gegnerin hat nicht geklappt. B5. Sagen wir Turm C1. Ja, ähm, der Springer kriegt schon ein bisschen Probleme. Ah, und das B5 können wir auch nicht spielen, weil der Springer hängt. Okay, ähm, jetzt wird es sozusagen, ähm, wichtig, dass wir einfach mal diesen Springer ziehen. Weil wir, weil der, weil der zum Problem wurde. Ähm, Turm zieht, okay. Generell habe ich nicht so viel gegen Turm tauschen. Ähm, weil Dame, man sagt Dame und Springer zusammen. Äh, Dame und Springer arbeiten deutlich besser zusammen als Dame und Läufer. Und wenn wir jetzt Dame und zwei Springer haben, ähm, sollten wir vielleicht anfangen, irgendwie Königsangriff zu generieren. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß nur, dass es, äh, super gefährlich ist. Okay. Ähm, Dame C1. Krasser Zug. Und jetzt, äh, wird es hier, glaube ich, auch, äh, relativ hart. Ich spiele diesen Zug. Das ist ein Klassiker. Ich habe jetzt leider nicht die Taktiken gerechnet, was mir zum Verhängnis werden kann. Ähm, sollte man immer machen. Aber ich glaube, hier droht nichts. Also, weil ich, also ich habe schon mal drüber geschaut, nichts gesehen. Ähm, das ist aber ein Klassiker. Also, wir stellen sozusagen unseren Turm auf eine C-Linie, der von einem Bauern gedeckt ist. Das habe ich also auch, ist ein eigenes Modul in meinen Trainings, ähm, das ich vorbereitet habe zu dem Thema. Dauert nur so ein 10 Minuten, Viertelstunde. Aber da zeige ich halt dann Beispiele, ähm, wo das überall Sinn macht. Und hier, hier, also wenn der Bauer schlägt, haben wir auf einmal unseren schlechten Bauer. zu einem unglaublich starken Freibauern gemacht, der da so weit vorne steht. Wir drohen aber auch, äh, den drohen wir nicht, wir drohen aber auch auf B3 zu nehmen. Das heißt, wenn jetzt Läufer D2 kommt, typischerweise ist der Weg, wie man mit sowas umgeht. Also, wenn eure Gegner das machen, wir greifen die Figur einfach an. So, geht hier aber nicht so richtig, weil dann der Bauer hängt. Vielleicht geht es schon, weil der Turm dann eben hier auf der C-Linie aktiv wird. Das ist das, was ich jetzt nicht gerechnet habe. Aber ich würde mal grob davon ausgehen, äh, das Turm schlägt B3 eine Drohung ist, weil der Freibauer dann, ähm, stark wird. Ähm, auf Schlagen, Schlagen sehe ich keinen Weg, wie man den Bauern direkt gewinnen kann. Und was machen wir, wenn wir nochmal ziehen? Auch wieder Klassiker. Wir verstärken dahinter auf der, auf der C-Linie oder auf der offenen Linie, auf der wir das machen. Also, das hier ist, ähm, strategisch häufiges Motiv. Okay, unsere Springer sind gerade in der geschlossenen Stellung, glaube ich, äh, die Stars, ähm, fühlt sich zumindest so an. Ähm, okay, Turm schlägt Bauer schlägt. Das, äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber kann sein, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Ähm, weil jetzt ist der Bauer natürlich gigantisch. Wir können so ein Dame B4 spielen. Läufer F2, okay, die Idee ist es, Läufer E1 zu spielen. Diesen Bauern würde ich eigentlich nicht gerne abgeben. Also versuche ich das jetzt zu verhindern. Ähm, Dame B4 hätten wir aber. Und auf Läufer E1 können wir schlagen. Und auf Schlagen nehmen wir auf A4. Dann haben wir zwei Freibauern. Das ist eine sehr, sehr starke Option. Ähm, die mir auch echt gut gefällt. Aber auf diesen Zug gibt es vielleicht Läufer C1. Okay, ich glaube, ich spiele den Zug, den ich für logisch halte. Nämlich B5 mit der Idee, B4 zu spielen. Ähm, hier, B5. Ähm, und auf Schlagen schlagen trotzdem B4. Und dann haben wir halt einen gedeckten Freibauern vorne auf der dritten Reihe. Das ist meistens Ende. Ähm, hier weiß ich es nicht. Aber im Prinzip blockieren die Springer eigentlich alles. Sind absolute Monster. Als später hätten wir F5 als Idee, aber aktuell viel zu schwächend. Ähm. Aber ganz grundsätzlich geht es hier, glaube ich, schon relativ ab. Äh, auf Schlägt könnten wir überlegen, mit dem Springer zu schlagen. Das sieht eigentlich unglaublich gut aus. Ähm. Boah, das ist eigentlich, äh, eigentlich Springer schlägt. Ähm. Hm. Ich schlage mit dem Bauern. Ich will diesen Bauer unbedingt nach B4 stellen, weil ich hier, ich muss, man muss sicher spielen. Vor allen Dingen mit 1,48 auf der Uhr, ähm, wollen wir hier den Bauern auf B4 haben. Und das sichert Deckner. Ich glaube, Springer schlägt, könnte der stärkere Zug sein. Ähm. Ist egal, ist zu spät. Ähm. Was ist unser Plan? Also B4 zu spielen und dann, äh, mit der Dame zum Beispiel zu infiltrieren, mit den Springern zu infiltrieren, vielleicht B3 anzugreifen. Also ich, Stellung, denke ich, ist verloren für Weiß, aber das ist hier für uns nicht relevant. Wir müssen irgendwie, äh, die ist absolut heiß auch immer noch, wegen diesen Läufern. H3, sehr ruhiger Zug. Jetzt könnte man auch über Dame B4 nachdenken, aber wir spielen Bauer B4. Ähm. Jetzt können wir machen, was wir wollen mit unserer Dame. Hier ist alles gedeckt. Das Feld, äh, C5 ist auch, äh, okay, schwarz. Weiß ist hier jetzt in einem Modus, wo weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig Züge spielt. Also keine, keine starken Drohungen oder sowas. Wir können also locker verstärken. Springer C5 droht ein bisschen hier reinzugehen. Okay, Läufer C2. Okay, Weiß geht sozusagen jetzt in diese Position und sagt, ey, was willst du überhaupt? Ähm, hast du überhaupt Drohungen? Und jetzt müssen wir also irgendwie beweisen, ja, wir haben Drohungen. Ähm, Dame B5, weiß ich gar nicht, ob Springer D3 so gefährlich ist, wird aber trotzdem verhindert. Durch da mit D1. Und aktuell kommen wir nirgends rein. Aber wir haben ja zum Glück noch einen anderen Springer. Vorsicht, wenn der aber zieht, äh, kann der Bauer laufen. Also, ja, weiß hat vielleicht doch einen ganz guten Job gemacht und, äh, eine Blockade errichtet. Und, ja, wir müssen irgendwie jetzt da durchkommen. Vielleicht wirklich ziehen Bauern einmal laufen lassen. Ich glaube, der könnte dann auch, äh, recht schnell weg sein. Aber ich, hm, okay, am liebsten würde ich diesen Läufer abtauschen. Sehe ich aber noch nicht genau, wie. Ich mache ein, äh, okay, das ist nicht so leicht. Ähm, okay, ich mache erstmal einen ruhigen Zug. Dame A5. Was will ich mit Dame A5 eventuell hier irgendwie rein? Kann ich aber aktuell noch nicht, weil der Springer hängt. Okay, Schwarz macht auch einen sehr ruhigen Zug. Nämlich auch einfach einen Läuferzug. Der Springer ist weiterhin angegriffen. Ähm, wenn wir Springer B7 spielen, läuft dieser Bauer. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so gefährlich. Aber trotzdem unangenehm, das irgendwie zuzulassen. Ähm, ich spiele diesen Königszug. Das sieht ein bisschen gefährlich aus, jetzt hier mit dem König ins Spiel zu kommen. Dame C1. Ruhiger Zug. Ähm. Jetzt hätten wir vielleicht Dame A3. Mit Tempo. Und, äh, wenn die Dame schlägt, ist, denke ich, der Bauer vor dem Springer durch. Aber, ähm, wenn die Dame einfach zurückzieht. Okay, aber jetzt. Ah, die Zeit läuft. Ähm. Springer B7. Bauer kann nicht ziehen. Dame geht dahinter. Wir ziehen den König. Ich will mit dem König nach D6. Das sieht unglaublich frech aus, ich weiß. Ähm, aber es ist eine ziemlich krasse Blockadestellung. So. Jetzt haben wir das mal geschafft. Ähm, wir haben die Stellung ziemlich blockiert. Dame A2. Spiel mit dem Feuer. Aber, ähm, jetzt, wenn die Dame zieht, glaube ich, nehme ich einfach auf B3 raus. Die Frage ist, ob wir Springer A5 spielen können. Dann wäre der Bauer weg. Also, okay. Oder Läufer schlägt. Das ist wahrscheinlich besser. Springer A5. Läufer schlägt. Wir schlagen mit dem König. Der König ist super aktiv. Äh, vielleicht auch zu aktiv. Ja, das ist zu aktiv. Ähm. Können wir nicht machen, glaube ich. Okay. Erstmal ein ruhiger Zug. Hier, G5. Ähm, ein bisschen abwarten. Spielt auch Tendency gegen F4. Mal schauen, was weiß macht. Weiß zieht die Dame. Okay, das sehe ich hier, glaube ich, ganz gerne. Weil ich eigentlich nehmen will. Nehme ich auch. Äh, ganz, ganz gefährliche Stellung. Okay, die Dame kommt ins Spiel. Krass, 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 krass. Ähm, jetzt, jetzt wird es hier nochmal super scharf. Ähm. Oh, oh. Weiß ich nicht, ob das gut ist, den zu nehmen. Ähm. Das ist eigentlich hier genauso, wie ich es nicht spielen wollte. Ähm. Jetzt total offen. Und, äh, unklar. Aber, ich meine, Bauer ist schnell. Bauer ist wirklich schnell. Ähm. Schach, wir ziehen. Der Bauer ist echt ein Problem. Schach. Okay, ich würde gerne abhauen. Wieder ein Schach. Ich weiß nicht, ob weiß ich hier Dauerschach will. Ähm. 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 Wenn der Bauer laufen ist, ist gefährlicher. Ähm. Extrem wenig Zeit. Ich gehe dahinter. Ähm. Aber der Bauer läuft noch eins. Und ich fürchte, dass das hier zum Problem wird. Ähm. Ich nehme diesen Läufer, aber das ist nur, weil ich keine Zeit auf der Uhr habe. Ähm. Schach. König zieht. Es gibt kein weiteres Schach und der Bauer wird zur Dame. Schade, schade, schade. Das ist, äh, es ärgert mich jetzt massiv, ähm, diese Stellung hier noch so aus der Hand gegeben zu haben, ähm, die offensichtlich gewonnen war. Aber egal, wir kämpfen noch weiter. Wir haben hier tatsächlich, äh, noch, äh, was, womit wir, womit sich kämpfen lohnt. Ähm. Nämlich diese, diese drei da oben, die, äh, also, weiß hat bestimmt Dauerschach. Okay, aber die drei da oben erledigen gerade. Er hat einen, äh, krassen Drop. Ähm, sagen wir, die Dame geht hinter einem dieser Bauern. Was ich gerade für am stärksten halte. Okay, Schach, wir ziehen. So, das ist relativ klar, dass wir hier auch, äh, mit einem Dauerschach zufrieden sind. Okay, sagen wir, die Dame zieht hinter den Bauern. Ähm. Was machen wir dann? Vielleicht, okay, Schach, ja. Ist gar nicht so leicht. Es ist nicht so leicht mit diesen hier da oben. Okay, Dauerschach, denke ich, äh, gleich. Ähm. Kommen wir raus aus dem Dauerschach hier. Schach. Ne, wir können gar nicht raus. Deswegen lohnt es sich auch gar nicht, äh, darüber nachzudenken. Okay. Weil es gibt Dauerschach. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Stellung tatsächlich Dauerschach ist. Wir analysieren das gleich im Detail. Äh, es war jetzt leider eine Zeitlotstlacht. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem sauviel dazugelernt. Äh, wir hatten alles dabei. Slawisch, äh, Freibauern. Wir haben eigentlich dominiert. Aber jetzt schauen wir uns auch an, wie man es hätte verwerten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Und jetzt kommen wir zur Analyse. So, ähm, diese Slawisch-Variante hatten wir nicht zum ersten Mal. Aber die ist auch, werdet ihr wahrscheinlich auch sehr häufig in euren Partien aufs Brett kriegen. Und, ja, Läufer F5, E3, E6. Hier machen wir mal ein bisschen, äh, professionelles, äh, professionelle Vorbereitung. Nämlich, ähm, kurz Rochade. Hier mit großem Abstand Hauptvariante der Zugdame E2. Und hier meine Spezialvariante, die ich hier schon so angedeutet habe, ist der Zugläufer G6. Ähm, ist hier nicht der häufigste. Aber damit erwischt ihr viele Weißspieler. Weil Weißspieler wollen ja einfach mit E4 spielen. Und, ähm, ziemlich krasse Varianten hier, ähm, spielen, die auch teilweise sehr kompliziert sind. Das umgeben wir alles mit Läufer G6. Weil jetzt auf E4 einfach die Idee ist, einfach zu tauschen und zu nehmen. Und, das ist der Trick. Genau. Ähm, also hier merkt euch auf Dame E2. Breit ist der Hauptvariante. Das kriegt ihr auch mit Abstand am häufigsten aufs Brett. Läufer G6 verhindert E4. Mehr Theorie braucht man an der Stelle einfach nicht. Wenn ihr trotzdem Lust auf mehr Theorie habt, hier ist Springer E5. Wieder Hauptvariante genau sehr parallel zu dem, was wir in der Partie hatten. Nämlich diesen Läufer abzutauschen. Ähm, gibt, lässt man zu. Springer D7. Springer schlägt G6. Bauer schlägt G6. Und jetzt auf Turm D1 haben wir die Partiestellung erreicht. Das wird gleich in der Partie genauer analysiert. Da habe ich dann, äh, ja, einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, okay. So, ähm, Rohhade. Rohhade springen H4. Warum ist das Partiestellung? Weil Läufer G6 diesen Springer einfach trotzdem abtauscht. Ähm, würde ich, wenn ich weiß, wer genauso spielen, äh, ohne Dame E2. Weil der Zugläufer G6 einfach krass ist. Und hier in dieser Stellung, äh, würde ich jetzt aber nicht mit Dame E2 spielen. Das, da leitet man sozusagen wieder über in diese Hauptvariante. Sondern eher mit Dame C oder B3. Dame B3 ist ein bisschen tricky, weil dieser Läufer hängt. Und jetzt hier wäre A5 ein strategischer Fehler. Habe ich mit Schwarz gespielt in der Langzeitpartie. Und habe ich dann zu spüren bekommen. Nach Springer A2 hat man nicht Probleme. Ähm, hier ist Dame E7 der Zug, den man spielen sollte. Ähm, diesen Läufer mit der Dame decken. Und jetzt auf Springer A2 Läufer A5. Also man, dann ist der Bauer nämlich gedeckt. Man windet sich um diesen Zug A5. Nur einfach, dass ihr es mal gehört habt. Es, äh, muss man nicht unbedingt abspeichern. Aber ist ja trotzdem interessant. Ähm, Dame E2 leitet hier sozusagen wieder in diese Hauptvariante über. Ähm, mit Springer B, D7 und dem Zug Turm D1. Und hier, ja, habe ich ehrlich gesagt ziemlich Mist gebaut. Äh, nämlich den Zug C5. Da war ich, äh, also ich bin hier nicht mehr komplett im Buch. Und ich habe aber schon immer von Dame A5 gesprochen. Dame A5 ist hier, wo sollte man zuerst spielen. Ähm, ja, hier habe ich mich so auf meine, äh, auf mein Gruppentraining fokussiert, dass ich euch das, äh, weil ich habe die seit so lange nicht mehr, nicht mehr dafür geworben. Ähm, ähm, und, und, ähm, will eigentlich diese freien Plätze füllen, weil das ist für alle Beteiligten schöner, wenn, wenn die Gruppen auch, ähm, sozusagen voll sind. Und dann hat man auch viel Training, so ein Sparringpartner. Ja, und, ja, egal, ähm, C5 ist hier auf jeden Fall ungenau. Sie hat man in der Partie, glaube ich, sehr gut gesehen. Nach Dame A5 hat man ausgeglichen. Also so ein 0,4 Bauernvorteil für, für Weiß. Aber es kann man schon grob als Ausgleich durchgehen lassen. Hauptvariant ist hier Läufer D2. Und dann, ähm, können wir auch erstmal noch hier irgendwie diesen Vorstoß vorbereiten. Ähm, Turm A, D8 oder auch E5 funktioniert hier schon super. Und dann, also auf das Schlagen hätten wir sehr offensichtlichen Ausgleich, weil der Läufer ist irgendwie bedroht, will wahrscheinlich auch nicht abgetauscht werden. Turm F, E8, ähm, oder Turm A, D8. Und dann hat man hier vollen Ausgleich. Ich hätte schon lieber Schwarz. Schwarz scoret auch deutlich besser. Ähm, D5 ist hier Hauptvariante. Und hier kann man sich den Zug Turm A, D8 noch merken. Der ist hier Hauptvariante. Ähm, ist hier Hauptvariante. Das ist lustig, weil wir sozusagen diesen Tausch zulassen. B, C6. Aber dafür also hier so diese starke Spiele haben. Und der Spreger kann nach C5. Das ist ganz angenehm. Okay, genug, genug zu dieser, zu dieser Hauptvariante. Ich habe C5 gespielt und, äh, habe das zu spüren bekommen. Denn nach Spreger A2 habe ich ein Problem. Gut gespielt und weiß. Ähm, jetzt Dame A5, bester Zug. Spreger schlägt B4, C schlägt B4. Ich habe keinen Bauer verloren, aber habe nach E4 auf jeden Fall Probleme. E5, bester Zug. Ähm, D4. D5 war hier nicht der Beste. Ähm, habe ich auch fest damit gerechnet. Hier hätte es einen schönen Weg gegeben. Weil man hat das in der Partie, finde ich, gemerkt. Also hier hat weiß immer noch, immer noch gut Vorteil. Einfach langfristig. Das ist so ein, äh, ja, asset auf Englisch. So ein, äh, so ein, äh, so eine gute, gutes, ähm, gut, das weiß hat. Und, ähm, kann weiß, könnte aber auch die Stellung maximal öffnen. Wie geht das? Habe ich nicht gesehen in der Partie, aber die Engine zeigt es mir. Weil die versteht diese, äh, Prinzipien sehr gut. F4. F4 ist hier also maximale Stellungsöffnung. Schwächt zwar ein bisschen den König, aber welcher Läufer soll das ausnutzen? Ja, die Dame kann Schach geben, aber reicht nicht. Und, ähm, haben wir eine Partie gesehen, als F3 kam. Und hier kann man jetzt, äh, der Barer muss irgendwas nehmen. Also besser ist es noch auf D4 zu nehmen. Und dann nach E5. Ist ein bisschen Einbahnstraße. Okay. D5, Springer C5, F3, Tum, A, C8. Hier, ähm, ja, ist die Stellung, äh, habe ich auch gesagt, schlechter für, für, äh, für Schwarz, äh, also Schwarz steht schlechter. Das ist so krass, das habe ich nicht erwartet. Springer 8, bester Zug, Dame B2, F6. Ähm, hier D6, besser als gedacht. Ähm, auf König H7 tatsächlich ist nach Dame F2 Ende. Ich dachte jetzt G5 und habe nicht gesehen, wie es weitergeht. Aber Dame G3, ähm, also an alle, die es noch nicht gesehen haben, hier ist Trott matt. Also deswegen G5 habe ich auch noch berechnet. Äh, Dame G3 ist aber ziemlich krass. Aber ich habe schon gesagt, also im Notfall ziehen wir mit dem König nach F8. Das wäre hier auch, äh, wohl muss gewesen. Aber dann steht man hier trotzdem gar nicht so stark. Ähm, weil wenn wir dann zum Beispiel den Bauern nehmen, hat Weiß sich ein buntes Feld für den Läufer arbeitet und hat mehr als genug Kompensation für den Bauern. Okay, ähm, Turm AC1, Springer D6, gute Blockadestellung. Hier dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass Weiß überhaupt noch Vorteil hat. Läufer A2, A6, Turm C2, Springer D7. Alles ganz normal, tauschen, tauschen, Turm C8. Und hier, ähm, war da mit C1 jetzt ein Fehler wegen diesem einen Zug, Turm C3. Der war Hammer. Also das ist strategisch, äh, ähm, es war bestimmt mein bester Zug in der Partie. Ähm, weil sonst war sie ein bisschen, ja, okay. Aber schlagen, schlagen, da mit C2 so rum, dann gibt es nämlich keinen Turm C3. Und hier, Springer D6, wohl forciert, Läufer D3. Meint, die Engine Weiß hat, ähm, hier eine bessere Stellung. Und das liegt daran, also muss man erklären, warum, ähm, das Weiß hier mit H4, H5 wahrscheinlich spielen kann, langfristig und auch nur noch mit F4. Also, Weiß kann versuchen, die Stellung am Königsflügel irgendwie zu öffnen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie so schlecht ist, aber okay. Also, was heißt so schlecht, Einbauer schlechter, kann man wahrscheinlich gut Remi halten, aber, ähm, naja, irgendwie nicht so toll. Turm C3 ist aber ein Hammerzug und hier kam jetzt Turm C3, Bauer C3. Ähm, ist in Ordnung. Also, die Alternativen wären zum Beispiel Läufer F2, wirklich diesen Bauern zu opfern. Ähm, Turm C7 rein, da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das zu bewerten ist, aber Turm C3 ist, äh, saustarke Möglichkeit. Ähm, und dann tauscht man den Turm ab. Dann hat man einfach einen Bauer mehr. Ja, und, und sonst ist hier auch, äh, Läufer D1, äh, ein Trick, weil auch das Schlagen hat man Turm C8 Ende. Ähm, wegen Läufer schlägt B3 am Ende. Aber auf Läufer D1, äh, äh, oh, F5 meint die Engine. Das ist auch, auch sehr, sehr kreativ. Aber auch Springer C5 ist ein guter Zug und das Schlagen läuft ja nicht davon. Okay, also Turm C3, Bauer C3, Läufer F2, B5, also beste Variante. Und jetzt A schlägt B5 war ungenau. Und hier wäre also Springer schlägt B5 nicht besser gewesen. Also A schlägt B5 war der beste Zug. Und jetzt nach H3, B4, Läufer D1 stehen wir tatsächlich auf Gewinn. Ähm, ziemlich dumm, ähm, also dass nur so wenig Zeit, ähm, verfügbar war. Aber der nächste Zug ist ein absolutes Muss. Ich habe jetzt hier Springer C5 gespielt, weil ich gesehen habe, Schwäche, ich gehe drauf. Ähm, war dann aber, ähm, hat man in der Partie gemerkt, gar nicht so leicht Fortschritt zu machen. Gewonnen wäre es gewesen nach Springer B5. Ähm, sehr, sehr starker Zug. Mit also vielen Ideen. Also erstmal kann sich Weiß nicht mehr bewegen. Stellung ist 3,8 Bauern besser. Also völlig gewonnen. Sagen wir, es kommt so wie in der Partie ein Abwartezug. Dann Dame A2. Ähm, und wir kommen rein mit dem Springer hier oder da. Ähm, Springer D4 wohl noch schlimmer. Der darf wohl nicht genommen werden, äh, weil dann haben wir zwei Freibauern. Das ist auch dann easy gewonnen. Ähm, und wir drohen aber auch so C2 Sachen. Wir drohen auf B3 zu nehmen. Stellung ist einfach gewonnen. 4,6 Bauern besser. Bester Zug hier als Verteidigung wäre Dame E3. Ähm, okay, aber Springer D4, okay, ist doch nicht der beste Zug. So 5 Bauern, also Stellung ist verloren. Also wir kommen einfach rein. Ähm, das Problem ist, also ich dachte halt, diese Möglichkeiten haben wir immer. Nach Springer C5 läuft für C2 bester Zug. Ähm, wenn wir jetzt Springer B5 spielen, hängt immer dieser hier. Und das heißt, ich habe mir den wirklich ganz doof hingestellt. Ähm, habe ich dann auch bitterlich zu spüren bekommen. Dame B5 wäre hier, also war hier dann, äh, Fortsetzung, aber die Stellung ist, äh, ist gut, aber ich habe jetzt hier nicht den Weg gesehen, wie man hier noch, äh, weiter macht. Die Engine sagt, ich probiere es doch mal mit F5. Ja, hatte ich ein bisschen Angst davor, hier zu öffnen, aber es ist wohl besser. Also wir haben sozusagen so ein riesiges Plus in der Stellung mit diesem Bauern, der immer, äh, die weißen Figuren bindet. Ähm, das ist sozusagen, dass man sich sowas wie F5 mit Stellungsöffnung hier gut erlauben kann. Ähm, ähm, ja. Ja, dann hin und her gezogen und mit dem König eine sehr riskante Tour gemacht. Mit der Dame dann noch weggegangen. Ähm, Dame A2, G5, Dame E2. Und jetzt, ähm, war hier absolutes Chaos in Zeitnot. Also Dame A6 wäre der Zug. Ich glaube, der ist ziemlich krass, weil also auf Damentausch Springer schlägt. Äh, gewinne ich, denke ich. Ähm, weil in der blockierten Stellung mit dem Freibau nehmen die Springer, die Läufe einfach auseinander. Die kommen überall rein. Die Engine meint so Einbauer-Vorteil, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Realität als Menschlicher sich super schwer ist zu spielen. Ich hatte sowas auch schon ab und zu. Ähm, und wenn die Dame dann sozusagen wegzieht hier, ähm, sagt die Engine, beheb deinen Fehler, zieh den König wieder weg. Oder, ja, aber die Stellung ist also auch genauso schwierig wie davor noch. Äh, Springer schlägt B3, war in Zeitnot. Jetzt habe ich hier gehofft, irgendwie, äh, groß rauszukommen. Ähm, Dame B5, Schach. Schach, schlagen, Schach, ich stehe auf Verlust. König E7, Dame schlägt B7, König F8, Schach, König zieht. Und jetzt einziger Zug, der gewinnt, D6 direkt. Jetzt bin ich nämlich zu langsam. Jetzt, wenn ich dasselbe spiele, Dame D1, D7, ähm, ja, dann kann ich auch das hier dasselbe versuchen. Ähm, Dame. Schlagen, schlagen, aber es gibt halt noch, also diesen, diesen Läufer, der einen Riesenunterschied macht, in der Stellung hier nach Dame E6, Schach, König zieht, läuft. Ähm, habe ich sozusagen den Läufer angegriffen. Ähm, besser wäre Springer D2 übrigens gewesen. Ähm, wenn der Bauer dann läuft, ähm, mit Springer F1 zu spielen, das ist auch witzig. Ähm, König muss irgendwie ziehen, wir nehmen den Läufer. Und jetzt hat man hier dann, äh, Dauerschach-Motive. Also, mit der Dame auf den König drohen übrigens auch matt. Da kann die Stellung sogar sehr problematisch werden. Und da wird Weiß dazu gezwungen, Dauerschach zu geben. Ähm, ja, Dame D3, D7. Ähm, Dame schlägt E3. Ist eine ganz lustige Stellung, hatte ich so auch noch nie. Ähm, hier war Dame E5 jetzt der entscheidende Fehler. D8 Dame, ähm, deutlich besser. Weil, also, die Damen werden nicht getauscht. Und wenn ich jetzt, ich habe hier keinen Dauerschach. Das war eben das meine Idee, dass ich Dauerschach habe. Ähm, der Trick ist aber auf König G1. Zum Beispiel Schach läuft der König über... Ah, H1. Ich habe es gerade bis jetzt selbst noch nicht verstanden. Ähm, Schach, König H2, Schach. Und in dieser Stellung dann G3. Und ich habe keinen Schach mehr. Ähm, oder habe schon noch eins. Aber es reicht dann hier in der Stellung nicht nach Springer schlägt D2. Ähm, zum Beispiel hier. Springer schlägt D2. Ähm, und Dame F5 Schach. König zieht zum Beispiel nach F7. Ist natürlich total kompliziert, aber, ähm, Dame C8 entscheidende Verteidigungsressource. Und, ähm, da reicht es eben speziell nicht. Wenn wir uns das vergleichen mit der Partie. Dame F5 Schach, König H6. Jetzt ist es schon, äh, jetzt schon Remis, Dame, Schach geben. Also, das war auch eine, keine schlechte Idee hier, die Damen zu tauschen. Ähm, war nicht die Remis-Idee. Und jetzt, wenn Weiß sozusagen nicht das Dauerschach gibt, ähm... Oh, 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 das ist echt, äh, eine interessante Stellung. Hier ist H4 nämlich noch genug. Ich hätte deswegen, äh, nach H7 gehen sollen. Und direkt, äh, dieses Pendel zulassen sollen, damit H4 nicht funktioniert. Aber ich will erstmal einen Punkt klar machen, damit es hier System bekommt und Hand und Fuß. Ich weiß, die letzten, die letzten ein, zwei Minuten waren ein bisschen chaotisch. Aber, ähm, die Stellung ist es auch. Ähm, aber hier nach Dame C8, das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, ist Springer D4, den ich tatsächlich auch gespielt hätte. Habe ich, glaube ich, auch sogar schon drüber gesprochen, ähm, ist, äh, hier der Killer. Weil jetzt, äh, spielen wir jetzt C2 und B3, B2. Also, die Dame kommt einfach nicht klar mit diesen Bauern und muss irgendeinen Dauerschach geben. Also, sonst würde sie sogar, also, wenn es keinen Dauerschach gäbe, würde Schwarz hier, glaube ich, noch gewinnen. Ähm, ja, und jetzt muss man halt dann einfach Dauerschach geben. Weil die Drohungen sind zu krass. Die Dame kann nicht beide Bauern aufhalten. Also, sowas hier funktioniert dann auch nicht wegen C2. Und der Springer steht perfekt. Genau. Aber, aber... Genug dazu, ähm, König H6 war nochmal ein Einsteller wegen H4, hatte ich nicht am Schirm. Ähm, und wenn ich dann sozusagen ein Beispiel einfach laufe, ist H5 Ende mit Dame G6. Lauf König H7 in der Stellung, Dame G6, König... Also, wenn ich nach G8 gehe, kommt direkt H6 Ende, Matt. Ähm, also muss ich nach H8, Dame E8 Schach, König H7, A und H6 einfach. So, und jetzt wird mir hier alles aufgefressen, weil es droht matt, ich muss nehmen, Dame schlägt Schach, ich ziehe, Schach, König zieht zum Beispiel Schach. Und, äh, und, äh, alles, alles fällt. Und am Ende wahrscheinlich auch dieser Springer einfach, König E8, Schach, König D8, Schach, wo will, wo will die Engine hinlaufen? Ähm, nach C6 Schach und dann auf C2 nehmen. Ja, irgendwie kriegt man das also immer, immer hin. Ähm, ist super schwer zu sehen, aber finde ich ganz interessant. Und jetzt so wie in der Partie war es dann halt Dauerschach, wieder nach König H6, jetzt zu K4. Sau komplizierte Partie, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, wir hatten so viele spannende Konzepte. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, helft mir ein bisschen weiter. Ähm, ja, und... Macht's gut. Ciao.